Hallo und herzlich willkommen in München beim ZDF-Pressetag. Maria fängt Feuer, so heißen die Filmchen, oder Marie fängt Feuer, genau, und an meiner Seite Christine Eixenberger, die Darstellerin davon, die Marie sozusagen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, servus, freut mich sehr. Ja, du bist so richtige Frohnatur, muss ich gerade feststellen, so haben wir uns gerade kennengelernt. Seck dich an, du schaffst das schon die ganze Zeit. Natürlich, macht Laune, macht gleich mal Laune. Aber bei Marie fängt Feuer geht es da auch so, lustig zu, erzähl mal ein bisschen überhaupt über die Figur und über die Filme, die bislang entstanden sind und die entstehen werden, denn ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es noch nicht wirklich verfolgt und vielleicht unsere Zuschauer auch noch nicht alle, deswegen machen wir heute richtig Werbung. Alles klar, machen wir so. Soll ich es nehmen? Ja, du hast Angst, dass ich es dir wegnehme. Ist doch so, der Moderator gibt niemals seinen Handwerkzeug aus der Hand, oder? Du hast vollkommen recht, deswegen habe ich auf der Bühne ein Headset um. Ja, also weil du gerade gesagt hast, das Thema Komik und so weiter, das ist schon ein tragendes Element, was besonders diese Reihe, glaube ich, auszeichnet, im Gegensatz jetzt zu den anderen Herzkino-Formaten. Weiß ich, glaube ich, einfach mit Humor viele Sachen deutlich ... Darfst du ein ganz bisschen mehr in die Kamera mal schauen? Ah! Jawohl, hallo, servus! Weiß ich, mit Humor einfach viele Ereignisse, die man so im Leben hat, auch negativer Art, besser verkraften lassen, glaube ich. Und um was geht es grundsätzlich? Also die Marie ist einfach eine Anfang-30erin, die auf dem Land groß geworden ist, aber zwischendurch auch in Berlin gelebt hat. Die hat einen Sohn, der ist gerade, ja, so in einer pubertären Phase, aber man merkt es ihm nicht so direkt an, weil er ist sehr gut erzogen und sie lebt zusammen. Also die haben so eine Patchwork-Geschichte, der Stefan, ihr Lebenspartner, hat auch einen Sohn dabei. Und die Marie ist so ein Charakter, das ist eine ganz ehrliche Haut, die langt gern hin, die hilft gern, so wie das ja bei uns auf dem Land irgendwie auch so ist. Ich bin selber auf dem Land groß geworden und man ist relativ hilfsbereit einfach den Nachbarn auch gegenüber, man kennt sich in der Gemeinde über die Eltern schon ewig lang. Und in Teil 3 jetzt, wir haben ja letztes Jahr schon zwei ausgestrahlt, in Teil 3 geht es jetzt hauptsächlich darum, dass das Thema Altersarmut und Rente im Fokus steht. Also die Luisa Bachhuber, das ist eine Frau, mit der die Marie sehr viel Kindheit verbindet. Sie ist auf dem Reiterhof auch ein bisschen mit groß geworden. Und die steht jetzt vor dem Aus eigentlich, schon sehr lange, aber sie ist so stolz, das zuzugeben. Und die Marie versucht da ein bisschen ihr zu helfen, so das Thema Grundsicherung zum Beispiel, anzugehen und macht da ihre Kontakte natürlich zum Rathaus gelten, weil sie arbeitet ja auch für die Bürgermeisterin als Assistentin. Genau. Und sie muss natürlich auch immer ein bisschen mit ihrem Vater kämpfen. Der Vater ist so ein typischer Bayer, wie man ihn kennt. Er ist so ein kleiner Grantler. Ja, aber das ist aber liebenswert, unglaublich liebenswert. Und die Eltern, also Ernst und Irene, sind auch wichtige Faktoren, weil die, jetzt wollte ich schon bei der Aufzucht des Nachwuchses geholfen haben, weil sie halt geholfen haben quasi, den Max, den Sohn mit großzuziehen. Und die sind eine totale Stütze, aber der Vater verrennt sich jetzt ein bisschen in was. Er möchte gerne ein Mehrgenerationenhaus machen mit dieser Patchwork-Familie und die beiden da zusammen. Und sagen wir es mal so, dieses junge Paar ist nicht besonders begeistert davon, aber es ist nicht so einfach, ihm das mitzuteilen. Weil er hört manchmal nur das, was er hören will. Wie es so üblich ist. Ganz genau, ganz genau. Und in Teil 4 ist es dann so, dass auch wieder so ein Schicksalsschlag mit rein spielt. Also diese Dramatik gibt es einfach auch in beiden Teilen. Nebst der Komik, was ich einfach eine schöne Kombination finde. Dass das Thema Krebs eine Rolle spielt. Also ein Feuerwehrspätzl, dessen Frau, die hat Krebs. Und es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass die Krankheit Krebs kann sie nicht heilen. Die Marie kann da nicht die Hand auflegen oder so. Aber es geht darum, dass die Camilla nicht den Kindern die Wahrheit sagen will. Weil sie einfach Angst hat, dass sie darunter noch mehr leiden. Und sie versucht da ein bisschen so zu vermitteln. Dass man die Zeit, die man halt mit seinen Kindern hat, weil man ja nicht weiß, wie diese Krankheit ausgeht, einfach noch entsprechend nutzt. Und wie sie das macht und was dann noch für Komplikationen auftreten, das verrate ich natürlich jetzt nicht. Um Gottes Willen, das muss man anschauen. 5. und 12. November, das ist schon recht zeitnah, wenn die beiden Folgen ausgestrahlt werden. Also sind ernste Themen, aber mit Humor im Hintergrund. Definitiv. Und vor allen Dingen auch wirklich auch Spannung ein bisschen jetzt. Natürlich allein durch diese Feuerwehreinsatz. Thema Feuerwehr ist ja ganz groß. Der Vater war Feuerwehrkommandant, ist jetzt allerdings im Ruhestand, wo er auch nicht wirklich damit klarkommt. Und ihr Lebensgefährte, der Stefan... Sagt man eigentlich Unruhestand. Ja, genau. Ganz genau. Und der Stefan ist jetzt Feuerwehrkommandant. Die Marie und die Angie sind selber bei der Feuerwehr, ist die einzigen beiden Frauen da. Und das spielt natürlich schon auch ein großes Thema. Da baut sie schon Spannung auf. Aber es geht auch darum, dass der Sohn, äh der Sohn sag ich schon, der Vater vom Max jetzt plötzlich mit ins Leben tritt. Was so überhaupt nicht geplant war. Weil die Marie, also der Philipp wollte damals, dass sie das Kind weg macht. Weil sie einfach noch, weil er sich nicht bereit gefühlt hat dafür. Sie auch nicht, aber sie hat das Kind trotzdem bekommen. Und jetzt ist es natürlich so, dass sie dieses Geheimnis schon ewig mit sich rumschleppt bei dem Sohn, dem Max und auch dem eigenen Freund. Stefan hat sie erzählt, dass der tot ist. Und das ist natürlich eine Lüge, die jetzt ans Tageslicht Stück für Stück kommt. Das wird noch spannend. Dann gibt es auf alle Fälle, um die Geschichten fortzusetzen, noch einen fünften und sechsten Teil, die dann nächstes Jahr bestimmt kommen werden. Aber erstmal jetzt den dritten und vierten Teil anschauen. Also der Vater. Ich habe es jetzt gerade so mit dem Augenzwinker da gelesen. Das ist der Wolfgang Viereck. Ja, richtig. Auch vielen bekannt. Resi, ich hole die mit dem Traktor ab. Nur als Beispiel. Also unbedingt einschalten. Marie fängt Feuer. Genau. Ja, jetzt habe ich gelesen, im Vorfeld für dieses Format bist du eigentlich, das ist eigentlich so deine erste Fernsehrolle sozusagen. Davor warst du gar nicht noch im Fernsehen so als Schauspielerin tätig. Das ist richtig, ja. Wie kam es da dazu? Das ist bestimmt auch eine Frage, die dir jetzt aktuell immer werden muss. Gerade vorhin erst wieder. Aber das macht überhaupt nichts. Also das ist ja klar, dass man das gerne wissen will. Das war eigentlich eher so ein bisschen zufällig, weil mein jetziger Schauspielagent bei mir im Kabarettprogramm Cockt bin. Ich mache ja normalerweise eben Kabarett. Und Cockt ist und hat sich das angeschaut und hat dann irgendwie nach der Show zu mir gesagt, du Christy, pass auf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zwei miteinander arbeiten. Und er hat unter anderem den Hannes Ringelstädter und den Sigi Zimmerschied eh schon unter Vertrag gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der kennt sich mit Kabarettisten aus. Das probiere ich jetzt. Und ja, und dann war das erste Casting, war dann für Marie fängt Feuer, allerdings für die Rolle der Angie. Und dann haben sie mich umbesetzt und irgendwie ist das dann so Step by Step. Also ich hätte wirklich im Leben nicht gedacht, dass man das tatsächlich macht. Jemanden, den man gar nicht kennt, auf eine Hauptrolle setzen. Aber ich bin dankbar, dass das so gelaufen ist. Und fühlt sich gut an, also hast du Gefallen dran gefunden. Voll, weil es ist halt so, ich mache ja Solo Kabarett. Das heißt, ich stehe halt allein auf der Bühne, was ich total schätze. Ich habe bisher nichts anderes gekannt quasi die letzten fünf Jahre. Aber es ist natürlich schon so, dass dieses gemeinsame Erarbeiten von Dialogen, dann mit den Kollegen am Set dann Kaffee trinken. Also wir trinken jetzt nicht ständig Kaffee, wir arbeiten schon was. Aber die Arbeit mit so vielen verschiedenen Parteien und sei es nur mit dem Runner, der auch seinen Job am Set zu erledigen hat, das ist halt ein Gesamtwerk. Das finde ich total spannend. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Vor allen Dingen, wenn du halt, ich bin ja wirklich zwei Monate eigentlich fast am Stück da unten gewesen. Ich war auch öfter am Wochenende noch da, weil es einfach eine unglaublich schöne Gegend ist, weil wir im Wetter sehr Glück gehabt haben bis auf zwei Wochen. Wo habt ihr gedreht? Im Raum Garmischstadt-Partenkirchen, also wir haben in Murnau gedreht und in Seehausen und ganz klar Bad Bayer-Säun. Das ist quasi unser Wildeck. Das ist ganz toll. Die haben eine super Bürgermeisterin, die Frau Kiewik, die hat immer zu uns gesagt, dreht es da, dreht es hier, dreht es dort. Das ist mir alles total wurscht, ich komme mal vorbei und dann dreht man halbe und so. Also es ist total entspannt und die Leute haben das auch mega gut aufgenommen. Die waren eher halt stolz, dass bei ihnen was gemacht wird, als dass sie sich darüber aufregen, dass jetzt da wieder Straße gesperrt ist oder dass man da jetzt gerade nicht durchgehen kann, weil da halt gerade ein Film gedreht wird und so. Und ja, genau. Das macht doch Spaß. Dann habe ich gelesen, Jura und Lehramt waren mal Studiengänge. Richtig. Also Jura habe ich bloß drei Semester studiert, weil, ach Gott, das erklärt sich eigentlich von selbst. Nein, ich habe ja Rechtsanwaltsfachangestellte gelernt. Ich habe bei meiner Firmpart in die Ausbildung gemacht. Ich wollte mir hundertprozentig sicher sein, dass ich das wirklich will. Und der Job macht mir auch Spaß. Das Studieren hat mir nur keinen Spaß gemacht. Also da den Schönfelder irgendwie durchblattend mit denken, ach, schau dir das an, super, hier Paragrafen, cool und noch ein Paragraf und schon wieder Paragrafen. Das ist mir echt ein Nausch gegangen. Und dann bin ich zurückgekommen aus Passau und habe Grundschullehramt angefangen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe erst am Tegernsee in der Grundschule noch gearbeitet für die Gemeinde, weil da ist jemand von so einem freiwilligen sozialen Jahr abgesprungen. Und das war super. Da habe ich im Kinderhort und in der Grundschule gearbeitet. Und da habe ich Grundschullehramt fertig studiert und deswegen heißt mein aktuelles Programm auch Lernbelästigung. Richtig, das habe ich gelesen und habe auch schon mal da reingestaut. Da gibt es ja den einen oder anderen kleinen YouTube-Clip. Und ja, genau, das hat mir gut gefallen. Und du bist ja natürlich da mit dem Kabarettprogramm beim Bayerischen Fernsehen natürlich sehr gut zugange. Und die Ehre ist auch ein Format. Genau, habe die Ehre moderiere ich zusammen mit Wolfgang Krebs. Das ist unser Vorzeigeparodist quasi aus Bayern, der den Herrn Dr. Dr. Stoiber immer auch macht. Und den Seehofer und den Hermann und so. Genau, und ich habe da die Rolle der Moderatorin inne. Und wir führen da, wir machen quasi mit nicht bayerischen Gästen bayerische Prüfungen, damit sie quasi den Stempel in den Pass bekommen. Könnte man da spontan mit mir auch einen kleinen Test machen? Nein, das glaube ich nicht. Haut nicht hin. Du kannst ja mal versuchen, was auf bayerisch zu sagen. Jomei. Gumpenbrotz. Gumpenbrotz. Ja. Aber was heißt das? Gumpenbrotz ist eigentlich so eine richtig fette Kröte. Und ein Gumpen ist so ein Schlammloch, so ein Ding. Genau. Und das ist quasi die Kröte, die da immer im Bad zumeinander sitzt. Das hat jetzt nichts, das war nichts Persönliches, möchte ich an dieser Stelle nur sagen, warum ich diese Kröte ausgewählt habe. Schön, haben wir es wieder. Passt schon. Genau. Nee, völlig okay. Ich habe es verstanden. Genau. Gut. Also, 5. und 11. November, sagen wir nochmal, Marie fängt Feuer. Und ansonsten mit dem Cabaret, was ist dein aktuelles Programm, wo du unterwegs bist? Sag es nochmal. Mein aktuelles Programm heißt Lernbelästigung. Und ich bin eigentlich in ganz Bayern unterwegs und in Baden-Württemberg und in Hessen. Also einfach auf meine Homepage schauen, da findet ihr was. Und das nächste Programm heißt Fingerspitzenlösung. Das kommt ab März 2018 auf dem Markt. Und wenn du dann in Baden-Württemberg unterwegs bist, sag Bescheid, dann schaue ich da auch mal vorbei. Ich komme aus Reutlingen. Ach, schön. Da bin ich letztes Mal durchgefahren, weil auf der A8 wieder so wahnsinnig viel Stau war. Stimmt. Ich bin quasi über die Alp drüber gefahren und so. Da bin ich mir nicht sicher, ob das Gebiet überhaupt schon erschlossen war. Weil da war nämlich nichts. Da war gar nichts. Schöne Landschaft. Biosphärengebiet heißt es. Ja, genau. Ganz schön. Aber super. So. Gut. Dann würde ich sagen, wenn du noch an deine Fans draußen noch eine Botschaft richten willst, dann jetzt. Und ansonsten sage ich schon mal herzlichen Dank. Ja, das freut mich auch. Und liebe Fans, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einschaltet. Bleibt uns treu und Feuerwehr Ahoi. Ja. Genau. In diesem Sinne sage ich bis zur nächsten Ausgabe. Euer Frank Stiller. Und jetzt hier wieder rein. Chrissi Eixenberger. Servus. Servus. Ja, vor Ort. Tristee Eixen. Und jetzt. Mal.